Muss ich jetzt mit so nem... Ich weiß nicht, womit ich umrühren kann. Ich hab hier nichts, womit ich umrühren kann. Mit ner Batterie ist glaub ich ne Scheißidee. Ich will jetzt aber eigentlich auch nicht mit nem, äh... Ersatz... Dingspubs hat. Jetzt hab ich im Bild gar nichts gemacht, weißt du. Steh einfach nur blöd rum und trink meinen Tee. Ja. Bisschen Action. Aua. Mir ist geschlagen. Action. Ja, ja, ist doch gut. Action. Ist doch gut. Wenigstens kann man die ganzen, äh... So viele Sachen stacken von den ganzen Scheiß. Also ich nehm auf jeden Fall die wertvollen Sachen Bücher und so mit. Ja, Bücher hab ich ja so wenig, da hinten. Ja, 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 ja. Ja gut, aber Bücher sind wirklich sehr wichtig. Weil ich will mir hinterher wirklich verdammt geile Verzauberungen draufhauen. Ja, und ich will, äh, überhaupt Zauber machen. Ja, gut. Wegen Assmagiker und so, dafür brauch ich auch Bücher. Ja, er stimmt, ich hab alle Bücher aus dem Hochhaus schon in die Dingster gebracht, in den Tempel, in die Basis. Das sind jetzt mega viele. Ich mach gar nicht mehr. Ich hab nur ein bisschen Angst vorgegeben. Ich hab auch nicht einfach, aber ich kann mich nicht sagen. Ich hab das nicht so gut, aber ich hab das wirklich nach Hause genommen. Ich hab das nicht verraten, aber ich hab jetzt mal mit. Ich hab das einfach gelöst. Ich hab das nicht verraten, aber ich hab das nicht bestanden. Ich hab das nicht so gut gemacht. Knochen kann ich gebrochen für dahinten, Truhen sind auch nie schlecht, Fläschchen kann ich hinten gebrochen, Namensschilder kann ich hinten gebrochen. Eiserne Pferderüstung, haben wir was besseres als ne eiserne Pferderüstung? Ich nehm sie mal mit. Das sind alles Shotdinger, das kannst du behalten. Jokopedia hab ich hinten schon, ich kann mal die beiden Bogen zusammenführen, dann hab ich auch endlich mal nen Bogen. Äh, Sattel nehm ich mal mit, die Chest Card nehm ich glaub ich auch mal mit. Wir können noch eine ganze Menge die Chest Card noch packen. Auch wenn die zerstört ist? Ich denke mal schon, ich denke mal die wird funktionieren wie diese Chester, diese laufende Kiste. Wegen Setup, 6... Achso, warte, du musst warten bis die... Kann ich jetzt benutzen? Achso, jetzt bin ich da grad. Waaah. Jetzt lauf ich grad mit der irgendwie. Ja. Nicht. Wie komm ich denn jetzt hier wieder weg? Oh, ich bin... Ich hab mich in die Wand gewackt. Schnell's dir. Guck mich mal runter. Guck mir der Krant Gefahr gewandt. Okay, das probieren wir jetzt mal. Ich leg da jetzt ein paar Sachen rein. Ah! Drück schlicht zu verlassen. Wie... Wie komm ich denn... Hä? Jedes Mal... Warte, die geht kaputt gerade! Die geht kaputt! Wie macht man die wieder? Ja. Hier, Pack! Du musst drauf gehen und dann oben auf Pack gehen. Pack? Ah, guck mal die Sachen fallen da raus. Ah ne, geht nicht. Funktioniert nicht. Ja, okay, alles klar. Funktioniert also nicht wie Chester. Ähm, warte mal. Das nehm ich mal noch mit. Ah. Baumaterialien. Ich möchte ganz kurz was gucken. Baumaterialien, Baumaterialien. Nehm ich die auch noch mit. Die nehm ich mit zu sammeln. Ansonsten... Brauch ich eigentlich viel mehr gar nicht. Ah. Ich könnte noch ein paar Sachen mitnehmen, aber... Warum ne? Warum eigentlich nicht? Redstone? Brauch ich Redstone? Ich könnte es ja mal mitnehmen. Hab ich schon einen Braustand hinten? Ich glaub nicht. Mach ich den auch noch mit. So, wie... Ich kann. Ich darf. Wir können. Du möchtest was testen. Du möchtest was testen? Du möchtest was testen? Warum? Wie kann ich denn überhaupt... Ach, mit Steuerung gedrückt halten und dann Rechtsklick. Wie ne Güte. Stats. Ich hab keine Ahnung, wie ich den vernünftig bewege. Ja, Max. Speed. Health. Er hat nur noch 169 von 200. Material Level 4. Mountable 2. Driveable 2. Kein Combat Vehicle. Hm. Ich kenn mich mit dem Mod absolut nie aus. Komm, pack uns mal ein. Ja, das ist nicht zum Kämpfen. Ist kein... Ja, klar. Rider Sits. Ja, gibt keinen. Rider Turret. Wie kommen wir denn nach oben? Du kannst doch in die Statistik gucken, während ich das schon eingepackt hab? Ja. Anscheinend. Das ist ja cool. Das ist halt nicht so schnell. Komm jetzt da oben? Weiß nicht. Warte. Drehbock hab ich dabei. Hab ich so'n Ding schon? Ich weiß es nicht. Katapult. Nein, jetzt keine... Soll ich für dich noch was mitnehmen? Ich hab noch ein bisschen was Platz. Möchte so'n Boot Katapult haben, oder? Ja, warte. Warte. Ich werfe alle Sachen raus, die ich noch mitgenommen haben möchte. Ja. Dummdi-dum-dum-dum-dum-dum. Naja. Lalalalalala. Lalalala. Lala. 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 So das denn. Achso. Warte. Hier sind doch diese Sachen. Da steht right click to learn. Mhm. Learning resources from notes. Ja. Die können wir ja erstmal alle benutzen, die Sachen erlernen. Ja mach du das mal. Ich werd' Magier. Du kannst schon deinen Techniker machen da. Uhu. Ich werd' Engineer. Passiert ja sehr viel im Moment. Ich baue mal ein paar Baumaterialien ab. Die Steine sind cool. Die will ich haben. Gemeißelte Ziegelsteine. Wie macht man die? Ich hab' keine Ahnung. Ich nehm' ja auch nicht. Äh. Gemeißelte... Quarzblock? Ah, okay. Hier die Balliste will ich noch. Hä? Gemeißelte Ziegelsteine macht man mit gemeißelten Ziegelsteinen? Joa. Anscheinend. Ich glaub' ich weiß wie man die macht. Steinziegel? Ja. Steinziegel auch nochmal 2x2 einordnen. Aber dann kriegst du nur einen gemeißelten Steinziegel raus. Ich denk' mal mit ner Chisel ist das einfacher. Kann man wohl schnell noch mit ner Chisel machen. Kann man wohl schnell noch mit ner Chisel machen. Ja, ja. Können wir jetzt? Du siehst so scheiße aus in dieser Kettenrüstung ne? Und ich da keine vernünftige Textur für habe. Mh. So, jetzt. Ähm, ja. Den scheiß auch nochmal mit. Kann ich mal Trinke braun? Ich hab noch nie Trinke gebraut in Minecraft. Was kann ich wie das geht? Die Zutaten rein. Und die Fläschchen. Und die Fläschchen. Und die Fläschchen. Das sind die Fläschchen gebraut. Also, du die Fläschchen rein und die Zutaten und die Zutaten und je nachdem welche Zutaten du danach ein Toast mit den gebrauten Fläschchen, kommt da halt eine Kombination raus, welche Ding starbiert. Ähm, welcher die Effekte bekommt. Ahja. Ähm, ja. Nach hier oben. Gibt's daraus? Steine zum hochholen. So, dass ich auch mit drauf komme. Hilfe. Ach da. Ich kann nix mehr bauen. Die Steine nutzen mir nix. Was? Wieso nicht? Ich kann nix aufnehmen. Ach so. Ich komm da unten nicht dran. Dann tauschen wir. Warte. Gib mir irgendwas von dir. Und du kriegst 30 Steine. So. Ich baue wenigstens vernünftige Treppen. Ja, natürlich. So, ich hau jetzt ab. Durch mein Loch, wie ich gekommen bin. Hä? Wo bist du? Ich hab mich hoch, ich hab mich noch gerade runtergebuddelt. Genau so bin ich jetzt gerade wieder rausgekommen. Ja, ich bin jetzt gleich im Tempel. Was ist das denn für komisches Haus? Oder warst du schon drinnen? Wow, hier sind aber viele Zombies. Oh, jetzt könnte ich noch sterben. Selbstuld. Da ist ja auch so ein 80er Dick-Zombie drin ist. Was wartest du auch nicht auf mich? Vielleicht warst du hier einfach doch noch nicht drin. Doch, die Kisten sind leer. Da oben noch Kisten. Da ist noch eine Kiste. Aber da... Ne, die ist auch noch. Die ist noch... Ey. Ich hab noch Platz im Moment da. Kann ich noch mitnehmen. Bin draußen. Zwei Sätteln, eine goldene Pferderüstung. Das nehme ich doch alles gerne mit. So. Äh, ja. Treffen wir uns in der Tempelbasis? Ja. Hab ich das eigentlich drüben? Ich weiß es nicht. Ich nehm's mal mit. Ich weiß schon gar nicht mehr, was ich mit rüber genommen hab und was nicht. Ist eigentlich Mystcraft hier drauf? Hä? Warte. Mystcraft ist hier nicht drauf, oder? Wüsste ich nicht. Ne, schade. Äh, das hätte uns die Möglichkeit gegeben uns zu teleportieren. Das wäre toll gewesen. Kann man sich vielleicht mit Hilfe der... Wieso hast du das Spiel verlassen? Nein. Mein Spiel hat mich verlassen. Kann ich hier irgendwie teleportieren? Achso. Ne, mit der Karte kann man sich nicht teleportieren. Ich bin wieder in der Basis. Ja, ich irgendwann auch. Ich lass hier dann den ganzen Engineering-Kram hier. Ne, ach du lieber Himmel, was haben wir denn hier? Haben wir Ordnung in die Kisten gebracht? Ach, hier, ich hab die Kisten so viert gehabt. Ah, okay. Wonach? Ähm, nach... 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 äh... nach Quencom. äh... und nach Nutz tenemos Flüchtling. Also 절� Winstein Rohstoffe. Okay. Dann haben wir einfach eindeutig zu wenig Kissen. So kam es mir nichts mitgenommen. Kissen kommt một tightly Kissen. Ich habe eine Kisten sol conex. Dankeschön. Du hast gut gemacht. Du wirst auch nicht so kritisch. ich bin ich tue den Scheiß jetzt einfach mal hier rein dann entscheide ich gleich was ich noch mitnehme zeig, 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 wie viele Diamanten hast du jetzt mitgenommen gehabt? Paar Zwei Stück? Ein Paar Zwei Stück? Geil Nein, nur, dass ich dir die Hälfte hier lasse dann und die andere Hälfte mit rüber nehme Ich habe elf Kann ich die mitnehmen? Achso So, ich nehme den Braustand mit Ich nehme eine Goldene, eine Dingsförderung mit Ein Sattel Die Chestcard auf jeden Fall mit rüber, die wird nützlich sein Brauchst du Namensschilder? Ich habe 21 Okay, dann nehme ich die elf mit Äh, brauchst du Namensschilder? Wofür? Ja, deswegen frage ich ja Die sammel ich Das könnte ich hinten gebrauchen Das könnte ich hinten gebrauchen Fäden? Wofür könnte ich Fäden gebrauchen? Ich nehme sie mal mit Eisenbeerenbusch brauche ich da hinten Das brauche ich da hinten Das brauche ich da hinten Das könnte ich hinten gebrauchen Oh mein, Strecke-Dreibogen liegt hier Ich habe gedacht, ich habe sie verloren Ich finde es noch irgendwas von hier Nahrung kann nie schaden Die habe ich noch nix reingetan, ne? So Welche? Was brauche ich jetzt noch von hier? Du brauchst Bücher, ne? Brauchst du auch Okay, Runen brauchst du aber nicht Den Rahmen brauchst du wahrscheinlich nicht Bisschen Essen muss ich dir auch lassen Du sagst hier so mir lassen, aber was ist, wenn ich mitkommen will? Du könntest auch gerne mitkommen Möchtest du mit mir bauen? Ich wüsste sonst, was ich sonst tun Juhu Außer auf Mega-Erkundungstour gehen und dich dann wieder von deinem Bauort wegruhen, weil ich irgendwas gefunden habe Ja Nimm das mal ruhig mit Ach, jetzt habe ich mich nicht, äh, gemutet, ne? Zum Reusbaden Nein, ich habe mich geholfen, aber nicht du Bauen wir mal Materialien, wo ich Nimm mich mal mit Das ist cool Ansonsten brauche ich glaube ich nichts mehr Die schwarze Rune könnte ich noch mitnehmen Nö Ansonsten habe ich alles, haben wir hier noch Betten? Sollen wir da eben schlafen gehen? Oder ist schon Tag? Ich bin noch nicht ready Ich bin noch lange nicht ready Also, aber es ist schon Tag Ach, ne Lassen wir die Basis dann jetzt zurück? Oder lassen wir da auch wertvolle Sachen? Für später? Wir machen was Also, die Rüstungsteile und so alles lassen wir schon mal hier Okay Die Belagerungssachen auch am besten Ja, je nachdem, wie du, ob du da rumspielen willst Du kannst hier hinten eine Werkstatt bauen Ne, ne Oder mein Bogen, ganz, ganz wichtig Der Zauberungstisch nehme ich einen mit Rubin und Zbarakter, falls wir NPCs mit guten Tauschmöglichkeiten finden Ach was, in welche Richtung rennst du? Renn einfach schon mal vor Ich, äh, renne Norden Im Prinzip wirklich einfach nur Norden Die große Brücke lang Was? Okay, ich warte auf dich Im Norden ist doch diese mega lange Brücke Ja, ich warte auf jeden Fall auf dich Hä? Wenn ich N drücke Dann ist im Norden Das ist keine Brücke, das ist eine Mauer Ja, meine ich Ja, siehste, und schon, äh, warte ich auf dich Siehste, oh, hoppala Ich hoffe, ich habe jetzt die Aufnahme nicht unterbrochen Ich habe mal eben Minecraft, äh, minimiert Aus Versehen auf der Karte Und meine liebe Assistentin, könnten Sie mir vielleicht noch einen Tee machen Das wäre sehr nett Ich will auch eine Assistentin Okay, das ist es mir nicht wert Warte nicht auf mich, das dauert noch wirklich lange Solltest jetzt lieber anfangen Okay Irgendwann finde ich das schon Dann laufe ich mal los Kannst du nicht die Wegpunkte sehen, die ich mir auf der Karte mache? Nein Echt jetzt nicht? Ja Echt jetzt nicht? Nein War das nicht letztes Mal so? Ich kann nur seine eigenen Todespunkte sehen Und die sind alle im Hochhaus Bist du denn, bist du denn oben bei Group All? Wenn du auf die Karte gehst? Ja, Group, dann geh mal auf All Und wie? Ich weiß gar nicht, wie man das, wie man das ändern kann Äh Options Trailmarkers Kann man ja nochmal die Gruppe ändern Gelt? Ne Wenn ich draufklicke, geht nix Dimensionen Äh Wie war denn das?